moin moin und hallo herzlich willkommen hier bei monty und toddle mit toddle mit mir und siralim und ich weiß dass ich nicht alles so konzentriert und genau lese aber oben steht dann richel to add a blacksmith to the castle also brauche ich wohl blacksmith dafür also klar okay habe ich es verkackt muss ich erstmal das andere abschließen und dann kann ich wohl das nächste machen flat redstone prozent zusätzliche ressourcen nächsten mal hier slime und iron golem slime will ich nicht haben slime sind doof ich will keine slime so der slime sollte damit jetzt geschichte sein ist weg und dann den eisenberg angreifen dass er geschädigt ist dass wir vielleicht noch ein korps von ihm bekommen yo attack und weg das ist der nächste der auflevelt keiner erstmal zum nächsten level gehen aber erstmal hier durcharbeiten und wir brauchen ja auch hier erstmal eine kiste dann brauchen wir unbedingt den zweiten burger ich will bestimmt hier irgendwo finden hat nix drin hat den vielleicht hierzu belong nix drin und die kommt das ist das ist s und die die ihre tue schweiz wir sie r es sie Eisen-Gulams brauche ich keine mehr. Nadir, Fauna, living in the kingdom seems too restrictive for my taste. Thank you for your kind offer, but I cannot accept it. Nicht, ist aber schuld. Gustl, es ist auch noch Gustl. Jawoll. Und Priester, Lichtpriester und Unicorn. Pats, Pats, Zold Hunter schädigt sie alle. Ist jetzt schon mortally wounded, das heißt ich kann jetzt schon... Jo, das einmal abziehen und den dann fertig machen. Exzellent. Ah, Unicorn geschädigt, Eisen-Gulum geschädigt. Mal weiter... Das klingt super. Ähm... Ja, hat gereicht. Badly injured. War schon genug. Und jetzt noch den letzten Schlag für den Eisen-Golem. Das reicht noch nicht. Es reicht noch nicht. Noch ein bisschen Schaden vom Bleed, vom Burn. Einfach nur Schaden, Schaden, Schaden. Und jetzt noch mal 62 Schaden. Dann war es das auch. Ja, das hat er von 20 Mana, die ich nicht nutze. Weiß ich nicht. Ist im Moment nicht so unfindig. Jo, die Nächsten. Da brauche ich gar keinen Korb von, ne? Also die Mumie... Will ich eine Mumie haben? Springtime Aspect habe ich schon. Und unten... Slime will ich eigentlich nicht haben. Da läuft schon einer in der Burg rum. Das reicht, glaube ich. Schaden vom Bleed, Schaden vom Burn. 103 Schaden macht er. Von 37 nochmal bei der Mumie. Meine Güte. Was ist das? Der war einfach ein Sonic-Creature. Alter. Also weiß ich nicht, was ich von ihm brauche, ne? Auf jeden Fall ein Korb. Dankeschön. Nehme ich gerne an. 64 Schaden. Has been killed. Juhu. Lichtpriester habe ich schon... Ne, habe ich zwei. Brauche ich auf jeden Fall noch eine. Ein Korb vom Lichtpriester. Da kann ich eigentlich theoretisch ja gleich... richtig auffüllen. Äh, du bist zu früh gestorben. Das ist wirklich so... Ähnlich wie Pokémon. Erst sind sie zu stark. Dann sterben sie plötzlich. Und dann... Kann man sie nicht mehr einsammeln. Nehmen wir jetzt die Kors nicht. Ja, das können wir schon noch hin. Und nochmal... So, nach 50 Küste. Kann ich überall machen, ne? In jedes E-Club mal reinschaue. Kann ich überall noch ein paar... Geschenke. Juhu. Juhu. Dankeschön. Ich bin absolut toll. Schenkt mir alles. Ja. Toll. Super. Brunstone. Nimm ich. Ja. Schenkt mir auch was. Dankeschön. Clothes. Ja. Handful of Carnite. Ja. A Fried Empire. Ja. Nimm ich alles... Alles für mich. Noch eine Kiste. Auch das nimm ich gerne. Hier noch Essenzen. Und Black Ember. Und... Foreigner. Er will nicht. Ich will einfach nach Hause gehen. Geh doch zu Hause. Geh doch zu Hause. The ghost of a dead creature appears before you. It offers you an item, then disappears. Dankeschön. Unicorn Hair. Okay. Komm, ich muss ein bisschen mehr Glück im nächsten Kampf, wenn ich das benutze, esse, auch immer. Weiß nicht, wie man das benutzt. Hält man sich das zusätzlich in die eigenen Haare? Äußerst merkwürdig. Lass nichts mehr. Das ist Ende. Aber nur wo der zweite Citizen ist. Nehmen wir noch Crystal. Crystal. Keine macht den Drogen. Wir fahren... Boomstone. Dann finde ich noch ein paar Gegner. Äh... Hab ja einen Fireborn Angel schon. Ich hab ja schon einen Fireborn Angel. Patz. Patz. Meine Güte, ey. Servant Hunter. Die sind ja alle einfach... Einfach kaputt schnetzelt. Das ist der Wahnsinn. Mal gucken, wie weit ich mit dem Ritual bin. Mit dem Quest, wie man es auch mal hier nennen möchte. Ist er nicht drauf, oder was? So, jetzt... Mami is back. Was ist das? Cosmic Giant? Nein. Das wollte ich nicht. Das war nicht meine Absicht. Kann ich schon? Mortally Wounded. Oh, Mann. So ein Mist. Da gibt es nur einen Mumien Core. Obwohl da ein Cosmic Giant rauskam. Aber ich wollte doch so gerne einen Cosmic Giant haben. Beide tot? Beide tot. Wahnsinn. Guck mal. Gut, dass alle gleichmäßig ausbekommen. Springtime Expect jetzt bei Level 10. Ich bin bei Level 9. 59 Crystal. Die wollen noch... ...hier den Old Stormboy noch... ...noch einmal. 40 Schaden, 18 Schaden plus Bleed, nein, nein, bitte. For the flame to infect the enemy, let storm with burn for 5 Schaden. Noch ein paar 30 Schaden um drauf. Ja, also wir haben eigentlich gerade schon eine recht stark kräftige Grupp-Truppe. Will ich gleich zurück. Denn, wenn ich die 9 integrieren kann, ist es natürlich immer schwieriger, dass die Gegner auch immer ihn erstmal angreifen. Juhu. Ja, ja, es ist ganz schön in Sierra Lebe, kommt alle nach Sierra Lebe, kommt alle her. 2430, Spirits Point, Serpent Hunter, Level 10, Firebound Angel, Level 9. Oh. Jetzt hätte ich jetzt in dem Moment zum Beispiel gerade die 9 Kreaturen da drin, dann wäre natürlich noch viel besser gewesen. So, Ritual, zu Gotham Realm, dauert auch ein bisschen. Dann müssen wir noch den Blacksmith Realm irgendwie ein Blacksmith Ritual machen. Also das Wasser? Okay, jetzt will anfangen. Okay, da ist eine Truhe, da ist die Truhe. Nehmen wir alles mit, alles nur für uns. So, haben wir hier alles erledigt, was? Oh, dann geht's noch weiter. Entschuldigung. Äh, muss einfach... Die ganze Zeit hier am Reden ist, irgendwann wird der Hals ein bisschen trocken. Mal einen Schluck, kleinen Schluck trinken gleich. Pas, papadapapapapapa... Das ist einfach mal die 3 Folge am Stück, die ich hier von aufnehme. Weil das auch einfach so viel Spaß macht. Ich kann mich hier stundenlang einfach durch die Gegend devilen. Lichtblat! Ding gut So, wir machen ein Portal. Auch wenn ich dann gleich in das nächste Level schon fortschreite. Aber trotzdem machen wir einfach mehr als schief gehen kann es ja nicht. Wir können einfach nur Red Storm. So, ich krieg noch kein Einhorn. Er hat mich ein bisschen, ne? Eisen-Gulämm. Und... Die Mumie. Ich hab nicht... Ich weiß nicht, was die Zeichen da unten sind. Das ist mein Problem. Auf jeden Fall weiß ich... Ich hab ja nicht genug. Wahrscheinlich 1.200 besitze ich Power. Wahrscheinlich reicht das nicht. Egal! Es sind immer noch drei hinter mir. Aber jetzt nicht mehr. Wenn ich eben eins irgendwie... Nein, wir werden's gleich sehen. Im nächsten Kampf... Vielleicht tauchen ja nicht alle... So offenbar eigentlich... Drecklich, dass die jetzt alle hinter mir... Der Quackett kommen. Und warum nicht hier rein? Teleport to the next level. Und... Zwei Fireball und Angel müssen ja wieder... Uns was holen. Ne, eben... Ich bin mir doch jetzt der... Weil der eben macht einen Eisengulam und noch irgendeins, ne? Wo sind denn die jetzt hin? Okay, aktuell nicht so viele mitnehmen. Das erst später irgendwie. Das kann natürlich auch sein. Erst mit fortgeschrittenem Level... Vielleicht ansonsten nochmal in die Bibliothek und nochmal... Das nochmal nachlesen. Ich weiß es nämlich nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Fireball und Angel... Tatsache... Iron Golem has killed und... Alle sind glücklich. Alle kriegen viel XP und... Und... Arbeiten sich durch die Gegend... Und kriegen noch ein paar... Schöne... Sachen... Hier... Weiß ich... Den habt ihr nämlich im Trailer gesehen, wo... Eine lange... Schlange von Monstern hinter dem Charakter hinterher lief. Den möchte ich auch haben. Ich frage mich jetzt, warum ich... Das nicht habe. Warum ich nicht zwei zusätzliche... Kreaturen bei mir habe. Ich weiß es nicht... Ja... Ich verstand irgendwas... Aber... Ich habe einfach weitergeklickt, weil ich dachte... Ja... Läuft... Läuft... Ja... Weiter... Ja... Aber... Im jeden Fall nicht... Ja... 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 Ich weiß... Ich kann... Damage... Burst... Each Rank... Increases... Your creatures... Damage... Dealed... Bei... Diepes bei... Ah... Ah... Nein... Mal... 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 Hier durch, ne? Ich habe alles ein bisschen gebraucht, ne? Du... Du... Du 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 du... Du 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 du... Das dauert jetzt ein bisschen... Ich weiß aber auch ein bisschen mehr, ich weiß aber trotzdem, wie ich hier singe, das ist das für Open-Lens-Defense, Spell-Protection, cool, also da, ich könnte es auch bei mir machen, aber... ...Krinter, Meta-Duty-Words, Meta-Power-Spell, Power-Balance-Aximal-Mail-Bom-Defense, ...Dew-Marshal-Attent-Line-Defense, Spell-Power-Shotter-Mail-Tails, ...Wenn ich so schritten, wenig zu lange bisher, das ist gut, oh, jetzt, oh, oh, ...ich steht nichts von wegen Kreaturen, mehr Kreaturen, irgendwie... ...Procks? ...Da ist es Point, so ein bisschen mehr... ...Fraquents. ...Machen wir das nicht sempre wieder. ...Da-da-da-da-da-da-dam-da-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam! Ein Unicorn. Oh, Unicorn. Ist schon wieder vorbei. Ein Unicorn has been killed. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Na, na, kommst du nicht? Schon wieder, äh, in der Zeit der Folge bin ich irgendwie schon wieder... ...ziemlich weit über... ...zumelig weit über... ...zumelig weit über... ...zumelig weit über... ...zumelig weit über... ...was passiert mir jetzt schon wieder... ...joa, ist halt einfach so, ne? Ich kann's ja nicht ändern, was heißt, ich kann's ja nicht ändern. Ich will's auch gar nicht ändern. Ich will's auch gar nicht ändern. Und so lange ich daran Spaß habe, ...mach ich die Folgen einfach so, wie ich will. Und wir halt mittendrin im Kampf sind, dann sind wir halt mittendrin im Kampf. Dann können wir ja nicht einfach abbrechen. So... ...Fire Wound Angel... ...ist weg. das klein wird auch jetzt schon wieder ein bisschen mehr aus aber sie auf jeden fall irgendwie wissen muss jetzt wo die anderen monster hin sind jetzt ha 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 ich hab's gerade übersprungen aber ich habe gerade gesehen ich kann jetzt vier creatures wo sind die denn jetzt ja ich weiß ich weiß ja ich mache ich irgendwann ich weiß ja da ist sie ja schon die frage ist jetzt wo ein monster bist du hier monster Ah, Bibliothek... Bibliothek... ...Bibliothek... ...Minder... ...Solder... ...Solder... ...Quiet Chatter... ...Mind you're not going to come back blind? The Stable might have enough room in your party to hold more creatures. They will be sent to the Stable located in the White Wing of Serialim's basement. You can use the Stable to configure your party by either... ...withdrawing creatures which are in the Stable to not gain... ...Experience Points. Eh, in the White Wing? Also... ...Normal... ...In the White Wing. ...Also... ...Hier... ...Irgendwo das? ...Hier? ...Right Wing? ...Quiet Chatter that I left in this Stable do not again... ...Ja... ...Bikommen keine... ...Experience Points... ...Ja... ...Irgendwo das Stable? ... ...Creature Stable! ...Hey! ...Bist Du! ...I want to take a creature with me! ...I want to take a creature with me! ...Ne? ...Zu Hause... ...Bei... ...Professor Eich... ...Und dann... ...Also nicht verkehrt! Ist ja vom Prinzip her nicht verkehrt! Und deswegen werden wir auf jeden Fall auf heute das weiter... ...weiterspielen... ...und zwar in der nächsten Folge von Sira Lim... ...Jetzt mit... ...Vier Monstern hinter mir her... ...und wir müssen... ...Jemanden unbedingt hier... ...Upgraden... ...das nächste Monster! Bis wieder beim nächsten Mal... ...Schaut Euch oben auf dem Kanal... ...Schaut bei Monty rein! Also... ...Bis zum nächsten Mal... ...Bis denn... ...Tschüss!